Ich sage dir, wenn du nicht... Nein, jetzt sage ich euch mal was, Freunde. Ihr habt mich immer ausgenutzt und nachdem ich Der Finger im Roggen gelesen habe, wurde mir klar, dass ihr nur Poser seid. Aber diesmal werdet ihr mich nicht austricksen. Und jetzt könnt ihr vielmehr mal einblasen. Dieser rücksichtslose Wichser.